Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Streaming, Serie und Film. Das analoge Fernsehen, egal ob öffentlich-rechtlich oder durch Privatsender, wird immer mehr ein Relikt aus lang hinter uns liegenden Tagen. Somit sind Rundfunkgebühren auch nicht mehr gerechtfertigt. Ein Video zum Thema Rundfunk findest du oben unter dem i. An die Stelle der analogen Sender sind Streaming-Anbieter gerückt, die durch Abo-Modelle ihre Serien und Filme anbieten. Da das Streamen jedoch das Fernsehen der Zeit darstellt, wollen immer mehr Anbieter auf den Zug aufspringen. Dabei entwickelt sich ein Problem. Jeder Anbieter hat gute Serien und Filme im Angebot. Jeder hat guten Content. Wenn es jedoch zu viele werden, kann sich das Angebot niemand mehr leisten. Wenn aufgrund dessen auf illegale Anbieter gesetzt wird, welche die Inhalte aller Anbieter bündeln, ist dabei niemandem geholfen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch einen Weg, der das Illegale vorbeugen kann und die Zahl der Anbieter wäre nur eine entsprechende Senderzahl. In den 80er Jahren haben sich Organisationen gebildet, welche die Privatsender als Kabelpaket angeboten haben. Wenn das Beispiel auch etwas hinkt, da sich Privatsender werbefinanzieren, müsste es ein vergleichbares Modell geben. Zwei bis drei Anbieter sind viele bereit, auch einzeln zu zahlen. Werden es 20 bis 30, gibt es mehr Verlierer als Gewinner in dieser Entwicklung, weil 80% illegal und unbezahlt konsumiert würden. Dieser Entwicklung gilt es unbedingt entgegenzuwirken. Kommen wir aber auch mal auf den Inhalt von Serien und Filmen zu sprechen. Mittlerweile wird so viel auf den Markt geworfen, dass gute Inhalte nur noch schwer auszumachen sind. Selbst bei empfehlenden YouTube-Kanälen geht diesbezüglich eine Menge unter. Durch die Menge ist der größte Teil jedoch nicht mehr sehenswert. Ich würde es begrüßen, wenn mehr auf Qualität und weniger auf Quantität gesetzt würde. Sehr oft ist weniger einfach mehr. Bei Serien wird die Zahl der Episoden je Staffel immer geringer. Eine reguläre Staffel hat teilweise nur noch so viele Episoden wie sonst eine Miniserie. Das Material einer vollen Serie entspricht der Menge einer Staffel früherer Serien. Bei Serien mit 20 und mehr Episoden in einer Staffel war dann damals auch die Wartezeit auf eine Fortsetzung nicht zu lang für eine liebgewonnene Serie. Das Warten ist ein Ärgernis. Diese kurzen Staffeln sind aber auch auf eine neue Erzählstruktur zurückzuführen. Frühere Serien hatten einen roten Faden, aber Episoden waren alle in sich abgeschlossen. Jede Episode hat eine feste Geschichte erzählt, obwohl auch auf bisherige Episoden Bezug genommen wurde. Dieser rote Faden fehlt heute und es wird jede Staffel als eine Geschichte erzählt. Das hat zur Folge, dass die Serien anders als früher schneller altern und nicht wiederholt angesehen werden. Man kann auch keine Episoden auslassen, ohne die Geschichte zu verlieren. Eine Episode von 45 Minuten oder vereinzelt eine Doppelfolge von 90 Minuten kann man zwischendurch ansehen und genießen. Für eine ganze Staffel braucht man sechs Stunden. Die Zeit hat niemand und es ist unüblich, halbe Geschichten, also halbe Filme anzusehen. Man liest in der Regel auch keine halben Bücher, die einem gefallen, und schaltet Spielfilme mittig ab. Abschließend will ich auf eine inhaltliche Entwicklung hinweisen, die ich eher störend empfinde. Filme und Serien, auch welche, die für Kinder und Jugendliche gedacht sind, zeigen vermehrt erotische und pornografische Inhalte. Es gibt kaum noch Filmmaterial, in dem keine Sexualpraktiken demonstriert oder angedeutet werden. Darüber hinaus ein übertriebenes Maß an Fluch, Reiz, Schimpf und Fäkalbegriffen. Da sollte im Sinne des Jugendschutzes durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften mal etwas passieren. Diese Hypersexualisierung und Schmutzworte sind nichts für Kinder und Jugendliche. Dazu kommt das Quotenmanagement. Ob es der Geschichte dienlich ist oder nicht, aber in nahezu jedem Film oder Serie wird die Quotenfrau, der Quoten-LGBTQ, der Quoten-Muslim, der Quoten-POC, der Quoten-Asiate und vieles mehr eingebunden. Geschichten sollen unterhalten und müssen nicht immer die ganze Gesellschaft abbilden. Wenn es der Geschichte dienlich ist, gerne, aber nicht künstlich falsch besetzen und die Diversität aufdrücken. Das zerstört Geschichten. Ein Video zum Thema Quoten findest du oben unter dem i. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ja. Wir gehen. Ich habe es. Ich habe es. Vielen Dank.